Hallo vom Hamburger Marktplatz. Wie ihr gesehen habt, ist der Marktplatz noch extrem leer, aber das werden wir jetzt ändern und ihr könnt ein bisschen dabei zuschauen. Bis später. Guck mal, unsere neue Bühnenüberdachung ist da. Da ist der Dirk, der ist jetzt endlich auch da. Sieht richtig geil aus, bis später. So, die Sonne scheint, der Marktplatz füllt sich ganz langsam. Wir gehen noch mal eine Runde hoch, wir sind schon mal drei, vier Stände da, wir gucken mal. Hier haben wir den Herrn Kasch, der sagt mal Hallo. Ja, Hallo. Siehste? Das ist ein ganz neuer Stand, und die ist ja am Nachtmarkt. Die Familie Rauf. Was die genau machen, weiß ich noch nicht. Guck mal. So, die machen noch mal. Die werden bestimmt sehr lecker schmecken, da kommen wir später noch mal hin. Hier haben wir den Herrn Krüger, unseren altbekannten Weinhändler aus Mardor. Wie ist das denn? Ja, schon passiert. Hallo. Hallo. Hi. Wir machen jetzt mal hier den Soundcheck für euch am Hamburger Marktplatz. Wir haben extra ganz, ganz lange das geblüht. Okay, los geht. Genau. Wir machen jetzt mal hier. Kommen in der Ingra, und gestern wohl, um sich so und sammeln uns aufmach. Und so ein Schiener der Räde, uns sammeln uns aufmach. Leider könnt ihr uns verstehen? Ich hab's vorgenommen, ich hab's schon wieder gesehen, das ist ein Parlier in Homberg. Wir melden uns, wenn Rock Machine am Start ist und es richtig abgeht. Viel Spaß! Viel Spaß! Hier haben wir die Silvie und der Heinz. Guck mal Silvie, hallo! Guck, da stehen sie schon wieder, statt zu arbeiten, Großmänner, Groß, 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 Groß! Ja, so sind sie. Die sollten eigentlich um drei Uhr zum Arbeiten hier sein und gucken, was die machen wieder. Na ja, wir gucken mal später, was die so treiben, also bis später, Männer. So, wie ihr seht, sind jetzt ein paar Leute am Start, natürlich recht wenig, aber ihr werdet jetzt sehen, in drei Stunden Platz, der Marktplatz aus allen lesen. Bis später. Freunde, der erste Trecker ist da, leider nur noch einer, aber ich glaube, der Rest folgt gleich. Der Rest steht. Der beste Likör deutschlandweit. Hört ihr jetzt hinten rum, der beste Likör deutschlandweit. Die haben sogar den Marktmeister schnappt. Freunde, hier ist der Flo neben dir, wie ihr gesehen habt, haben wir noch ein paar Lücken auf dem Platz, aber wenn wir das nächste Mal uns sehen, in zwei Stunden, dann wird hier gar keine Lücke mehr sein, wenn man in der Marktplatz will. Dann ist hier alles ausnähten. So, da haben wir es gehört, danke, bis später. Wir sehen, dass die Bühne leere, wir haben gerade Tautchen gemacht, in einer Zölkestunde ungefähr, und lassen Sie jetzt nach, dass das klappt. Bis gleich. Es ist der erste Nachtmarkt in diesem Jahr, und es ist geil, dass so viele Leute wieder da sind, aber es kommt nur noch ein paar hundert mehr kommen, und die kommen auch gleich, bin ich mir sicher. Ich möchte euch eigentlich ganz herzlich begrüßen. Heute haben wir J-Maschine da, ich persönlich kann über die Jungs meinem Alter entsprechend wahrscheinlich nicht so viel sagen, das kann immer der neben mir, und dann nehmen wir die... Ja, so alt ist er nicht, aber naja, wir erklären es am besten mal so. Also würde ich das Mikro jetzt schon mal weitergeben, und euch ganz, ganz viel Spaß heute Abend gewünschen. Reiß den Marktplatz ab, und ja, los geht's. Ja, schönen Abend auch von mir, schön, dass ihr alle da seid, komm, drück ein bisschen ran hier, lass uns nicht alleine stehen, und hier vorne Rock Machine, Kassels Dienste, das ist der Rock und Party Band haben wir am Start, und wir freuen uns wahnsinnig, dass wir sie für den ersten Nachtmarkt bringen konnten. Ihr seht, wieder einmal ist der liebe Gott ein Hornberger, das Wetter, die Sonne kommt raus, geiler kann's nicht sein. Eins möchte ich noch sagen, der eine oder andere Aktuellen, den Simone als auch mich angesprochen, auf den Marktschreiertag. Der Marktschreiertag ist eine Eigenveranstaltung, der Marktschreier, sowohl die Werbung als auch die Sachen, die hier oben stattgefunden haben, ist eine eigene inszenierte Sache. Der Marktschreier hat also mit uns beiden nichts bis ganz, ganz wenig zu tun, außer dass wir den Marktplatz im Grunde genommen mit Hilfe der Stadt zur Verfügung gestellt haben. Nur, dass wir das mal ganz kurz nebenbei gesagt haben. Wir freuen uns auf einen geilen Abend, schön, dass ihr da seid. Wir kommen in 2017 zum ersten Nachtmarkt. Los geht's! Dankeschön! Vielen Dank! das ist einfach ein du nutzst du nutzst die mit die schön das ist du nutzst du nutzst du nutzst du nutzst du nutzst Ja, wir hüpfen da! Wir gehen mal durch die Leute durch, ok? Hallo! Freunde, das ist ein Fest der Superlative. Ihr müsst hierher, egal was passiert. Ihr müsst kommen. Prominente Besucher am Nachtmarkt in Homberg. Jawoll! Thomas gibt alles! Jawoll! So will ich dich sehen, Junge! Haben wir den Herr Thies? Na, winkt der? So? Hallo! Hallo! Na? Hast du Spaß? Sehr schön! Und macht ihr das gut? Ja! Jetzt gehen wir mal zur Familie Eichler. Die sind bei jedem Markt immer am Start. Die haben frische Forellen aus Hergelsfeld, wo auch immer das liegt. Manche Leute wissen gar nicht, wo das liegt. Sag doch mal Hallo! Hallo! Sasa! Guck mal, wen haben wir denn da? Guck mal, die Verena, der Flo und die Irina! Die haben aber Spaß heute Abend. Sehr gut! Guck mal, der Micha, wie der im Stress ist! Der Reiner hört sich! Der Reiner hört sich! Dichler, bin ich schnell genug hier? Oder gehts noch? 50 Euro bitte! Wir brauchen alkoholfreies Bier bitte! Okay, danke! Can't you see me? Pantency! Pantency! Yes, it needs to be. To breathe. And we're gonna do still? Yes! Ohhhhhhhhhhh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.